Das ist ein Hund. Wir sind hier in einem Hundecafé in Tokyo, ein Konzept, das sicherlich aufgehen mag, wenn man den Hundemag, ich weiß nicht, liegen einfach die ganze Zeit Hunde rum, man kann Hunde streicheln für 8 Euro, halbe Stunde Hunde streicheln, Nachfrage ist da, keine Frage. Es gibt hier nicht mal was zu trinken, aber es gibt Hunde, Hunde machen ja alle glücklich, glaube ich zumindest. Also wie findet ihr das Konzept von solchen Flohzirkus für 8,30 Euro? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Jojo, wie findest du das? Das sind halt Hunde, also Japan halt, fällt ja nichts zu einem. In diesem Sinne, wuff und wau. Jojo, wie findest du das? Ja. Jojo, wie findest du das? Jojo, wie findest du das? Ja.